Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute ist Samstag. Mein Wochenende besteht gefühlt nur aus Geburtstagen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, nach meinem Training heute Morgen und fahre zu der Schwester von einer Freundin, die ihren Geburtstag nach feiert. Deswegen auch hier mein Bikini. Sie hat irgendwie einen Pool aufgebaut oder so. Mal gucken. Heute ist es ja ultra warm oder das ganze Wochenende soll es ja so warm werden. Da freue ich mich noch auf eine kleine Abkühlung. Dann geht es zu meiner Schwester nach Düsseldorf. Dann schlafe ich bei ihr. Und morgen hat mich meine jüngere oder meine jüngste Schwester Geburtstag und da feiern wir auch noch mal hier Geburtstag mit der Familie. Das wird ein nicht anstrengendes Wochenende, aber es ist ordentlich was geplant. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das ist Geburtstagskind. Ex-Geburtstagskind. Das ist ein Block von mir? Ja. Ich komme schon mit den Augen zu. Guck mal. Das kann sein, aber das kann man nicht lösen. Das sieht schon Porno aus. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Joyce. Happy Birthday to you. Danke schön. Machst du mal ein bisschen breit so? Nein, Video. Video, oder? Professor. Professor Schapanz, ja. Ich bin jetzt endlich angekommen in Düsseldorf. Ich stand total im Stau. Das geht es mal überhaupt nicht. Boah, wie hast du das? Das ist wie die Pest. Ja, jetzt fahren Annika und ich noch mit dem Eddy-Roller, mega cool, einkaufen und ich bin hier völlig gepackt mit dem Koffer und die Annika wartet jetzt schon vorhin. Annika! Scheiße, was mir gefallen? Sieht man das? Ich ziehe jetzt hier ein. Habe ich beschlossen, ich habe jetzt schon mal einen Koffer hier. Das ist kein Problem. Ich habe mich extra für die Schick gemacht, deine Kleine. Sieht aber schön aus, Annika. Hast du toll gemacht. Ich freue mich jetzt. Thanks. Es wird aber lustig, mit deinen Kleinen in den Eddy-Roller zu fahren. Ja, festzuhalten. Festzuhalten. Annika rübst hier voll rum. Da sieht man mich im Spiegel. Ja, zeig mal deine Rosen, Annika. Jetzt Rosen in die Küche. Ich muss noch umgestellt. Oh! Oh! Cool! Ich habe gehört, jetzt kommt da so ein Schrause hin. Ist da so... Oh, wie süß. Ich habe irgendein Sparrow-Parkplatz. Ich weiß nicht, sieht man das von hier überhaupt? Da. Da, da, da. Direkt vor der Tür. Wie ist es eigentlich los? Weil um 8 Uhr schließen wir in den Geschäft. Okay, let go. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, ne? Hä? Aber du hast sie noch reserviert. Ja, aber da stehen ja drei hintereinander. Hey, ein von denen ist das oder was? Ah? Hier. Ja, da Das ist dein Geburtstagsgeschenk, das ist Hochseilgartenklettern, wir gehen zum Klettern. Ich bin vorhin zum Unterbachersee gefahren, da waren wir jetzt doch gerade, weil ich einen Gutschein holen wollte. An deinem Geburtstag? Es ist Sonntag, ja. Aber der hatte auf, wir haben geguckt. Wir hatten auf, ich habe gegoogelt, aber man muss vorher online den Gutschein kriegen. Aber ey, wir gehen zum Klettern, im Kletterpark! Kodi so, naja, cool. Richtig begeistert. Ist mir egal, das wird richtig geil. Oh, wie geil! Vor allen Dingen so über dem... Hast du gesehen? Denken wir durch. Ja, bestimmt. Vor allen Dingen über dem Flaschenöffner. Ja, du kannst direkt ein Bier öffnen. Toll. Jedes Mal, wenn du durchgetroffen hast, darfst du ein Bier öffnen. Und einen Shot trinken. Wir treffen eh nie! Hallo Papa! Was geht? Läuft? Kommst du dir schon auf den Geburtstag? Ja, kannst du mal helfen? Ich kenn dich nicht. Ich kenn dich auch nicht. Kamerapolizei. Kamerapolizei! Nicht an die Polizei. Ah! Das Geburtstag, das Kind! Ah! Alles Gute! Ne, das ist die Boeno-Tochte. Also sowas einfach, dass... Echt? Du holst nur dieses Boeno, das stampfst dann klein, mischst du die Sahne drunter und schmierst drauf. Das war's. Echt? Also noch Sahne, Stammet und Daniljezucker. Das sieht aber gut aus. Die muss jetzt alle essen. Du hast es geschafft! Alle klatschen, Applaus! Applaus! Und jetzt sing nochmal! Atemlos! Die muss jetzt alle essen. Ja, jetzt? Hallo! Es ist mittlerweile Mittwoch. Ich wollte eigentlich am Sonntag schon den Schluss quasi drehen von dem Video. Nur leider ist mein Akku von meiner Kamera ausgegangen. Und dann wollte ich es nicht mit dem Handy drehen. Und dann habe ich es die ganze Zeit vergessen. Naja, jetzt kommt der Schluss des Videos. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Ciao!